Was haben wir denn mittlerweile noch in so irgendein verfügbaren Schrein? Unbehagen. Veröffnen oder bitte nicht mehr. Unerbittlich gemacht. Ne, passt erstmal. Wo müssen wir denn da hin? Ein Freund oder Feind? Halt uns. Göttin der Dämmerung. Wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet. Ich diene noch schon halt. Immer noch. Seht euch meinen zerfallenen Tempel an. Ist ja voll im Arsch hier. So viel zu der Beständigkeit der Sterblichen. Zu ihrer Handwerkskunst und ihren Herzen. Ist ja unschön. Wenn sie mich nicht lieben, wie kann meine Liebe dann sie erreichen? Weiß ich noch nicht. Hier hast du erstmal deinen Dingens. Boah. Alter. Ne, lass mich runter. Lass mich runter. Ah. Hallo. Es ist an der Zeit, dass mein Glanz nach Himmelsrand zurückkehrt. Äh. Doch das Zeichen meiner Wahrheit liegt vergraben in den Ruinen meines einstmals großen Tempels. Der nun besudelt ist von einer lästerlichen Dunkelheit, die sich darin regt. Ja. Lästerliche Dunkelheit. Ja, ja. Der Totenbeschwörer Malkoran schändet meinen Schrein mit abscheulicher Verderbnis, indem er verlorene Seelen aus diesem Krieg einfängt und seinem Willen unterwirkt. Das ist ja eine Saunerei. Das geht ja nicht. Schlimmer noch. Er nutzt die Kraft aus meinem eigenen Zeichen, um seine elenden Taten zu begehen. Da muss doch wer was tun. Ich habe euch hierher gebracht, Sterblicher, damit ihr mein Champion werdet. Was? Ihr werdet meinen Tempel betreten, mein Artefakt zurückholen und den Schänder fernischen. Dein Champion? Sind wir hier bei LOL? Erzähl mir mehr über dieses Artefakt. Klingt nicht gerade so, als hätte ich eine Wahl. Was ist das für ein Artefakt? Sterbliche nennen es den Dämmerbrecher. Denn es wurde in einem heiligen Licht geschmiedet, das über meine Widersacher hereinbricht und Verderbtheit und Falschheit wegbrennt. Klingt cool. Ihr werdet in meinen Schrein eintreten, Malkoran vernichten und diese mächtige Klinge zurückholen. Klingt cool. Bin dabei. Natürlich. Ich habe es befohlen. Oh, hat sich am besten mal bedankt. Jetzt gilt. Das Artefakt muss zurückgeholt und Malkoran vernichtet werden. Und das alles möglichst noch heute. Malkoran hat die Türen verschlossen. Doch dies ist mein Tempel und er hört auf meinen Befehl. Ja, dann mach mal aus. Ich werde euch einen Lichtstrahl hinab senden. Führt dieses Licht durch meinen Tempel. Dann werden seine Türen sich öffnen. Ja, ist okay. Darf ich wieder runter? Danke. Gruseliges Licht. Ich glaube, wir haben mit dem Gott gesprochen. Gleite Meridias Licht durch den Tempel. Wo sind das Licht? Licht? Glitzer Kugel? Ups. Handelt es sich dabei um das Licht? Nein. Was hat mich da eingelassen? Oh, das ist eklig hier. W ist gleich. Gold 100. Gold 20. Ich wollte noch. Achso. Äh. Ich mach mal den hier. Hm. Kommt da noch ein Licht? Ist es da? Keiner da. Kann mal gucken, dass ich hier keine Fallen reinlatsche. Hm. Guck mal Gold 80. Die scheinen sich echt überhaupt nichts aus Gold zu machen. Das ist mal ein Tempel-Lupen. So gehört sich das. Äh. Äh. Achso. Dann geh ich jetzt mal da. Altes Nordschwerd. Okay. Niedrig. Zeugs. Gut. Dann. Guck mal Gold. Wer hat mir zugeschissen? Ähm. Du bist jetzt noch niemandem begegnet. Das ist irgendwie. Ich speichere mal. Achso. Achso. Sinngemäß. Das Licht durch den Tempel führt. Ich verstehe. So. Jetzt mal bitte da hinten hinleuchten. Dankeschön. Ich warte drauf, dass ich hier irgendwas totes erhebe. Guck mal Gold. Ähm. Ja. Tür auf. Ich war's nicht. Achso scheiße. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Huch. Elfenweil. Mensch. War das nur so eine Geistersuppe übrig? Das ist ja eklig. Elfpfeil. Zurück. Mhm. Alten Mauern. Total im Arsch. Entschuldigung. Neh mal mit. Nichts brauchbares. Kann man den da hoch. Und. Sieh. Hm. Und gut. Ähm. Ja. Obst. Sie sind super mit dem Weiterkommen hier. Doch hier ist wohl nicht so. Mhm. Und. Kann ich denn da hin? Ja. Boah. Gut, dann, äh, ach da, ich mach. Hm. Wir sind die Dinger voll lame. Ich denke mal, ich müsste ja besonders aufpassen, aber in Wirklichkeit können die doch nix. Vor allem nicht gegen mich, die großen Zerstörer. So, was Bescheid. Mehr Gold. Keine Fallen. Gold. Wo sind hier alle so viel Gold dabei? Anders gefragt, warum sind sie tot hier drin? Ist ja auch so ein Ding. Schuppenarm schien? Nee. Die Zaubertragung nicht mit. Aber noch ein Balsamierungswehrzeug. Zeugs. Nee. Den nehmen wir noch mit. Ja. Gut. Die können die auch mal wieder aufladen. Äh, Waffen... Machen wir sie denn? Machen wir sie denn? Da. Okay. So. Stahlkriegshammer. Schwingt man hier den Kriegshammer? Ja. Ist da noch einer? Bitte melden. Ja. Mach mal so. Heino. Ewig nicht gesehen. Wie geht's dir? Bis zum Schatten geworden. Ach, sacklos. Das ist doch ein alter Jugendtraum. So. Guck mal. Äh. Mist. Ein paar Dietrich haben wir ja noch. Mist. Ja komm. So. Was haben wir denn da? 17 Gold. Wow. Das ist ja mal... Hui. Ich bin reich. Was ist denn das? An der kaputte Urne. Arcana Verzauberer. Kann man mit dem materialischen Waffe zerlegen. Aber brauchen wir gerade ja nicht. Wir gehen weiter. Da schauen wir vielleicht noch mal ran. Siehst du? Ja. Hätte man verpasst. Verwäste leicht. Aber die schleppen Geld mit allein dafür lohnt sich die Christen schon. Tempel von Kilcreat. Galerie. Mal gucken. Wo sind wir denn jetzt? Mach da. Ja. Zieh mal eh ne an. Die ist groß. Die will ich aufmachen. Ich hab gesagt, die sind groß. Die will ich aufmachen. Die ist auch ein Lindezwungen, ne? Stahlplattenpanzer? Nee. Zwergendolch. Ich bin ein Mann mit leichten Rüstungen. Damit kann ich arbeiten. Und mit schweren Rüstungen. Boah. Fetter Krieger. Nee. Lieber so der Sneaker. Weißt du? Der irgendwo reinschleicht. Leise. Und ungesehen. Oh. Was soll dieser Schlitter leer? Ähm. Natürlich da hochrennen. Also mich hat er eh schon was gesehen. Ja ja. So. Aus. Ende. Drück mal drauf. So. So. Wir müssen da rein. Praktisch. Und dort hinten. Kommen die da hinten wieder raus? Wäre jetzt wichtig zu wissen. Na guck mal. So. Ich weiß jetzt die Waffe ist leer. Ja. Aber ich mach noch so genug Damage. Hm. Da hab ich grad zwei Hände dabei. Da kann man auch mal ausprobieren. Äh. Zwergenschwert des Verschlingens. Helfenbogen der Kraftlosigkeit. Probieren wir das einfach mal. Oh. Ich erkenne. Dein Muster. Trifft mich nichts. Danke. Kumpel. Für die Vorhut. Kerzenhalter. Rolle der Massenlähmung. Hm. Bin zwar eh zu blöd die die ganz benutzen. Aber naja. Mitnehmen kann man ja trotzdem mal alles. Warum ist denn die Lea? Das ist doch doof. Äh. Mein Gott ey. Die Göttin ist ja noch ärmer als wenn ich hier durch bin. So ein Ding. Ach den Zauber dann nehmen wir auch mit. Was war das? Was war das? Hm. Was war das die Flammen hoch und rum? Sind die Stäbe da hoch und rum? Hm. Nee. Ich schick's nicht. Na ja. Gut. Was war das? Ach die Rage nach unten rum. Okay. Dann. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Ich sag mal guten Tag. Moin. So Nous. Noch einer. 아무�gebaut. Two Händere. So was aber auch. Unerhör. Ach guck mal da oben ist auch noch einer. Weck raus. Schlüssel erforderlich. Ok. Da unten müssen wir hin. Ist doch unschön. Ja. einfach jeden ab gemetzelt so unfassbar wird ja nicht mal ich machen geht's nicht hoch so dann ging es wo ging es denn da einmal so hier lang hier rum da lang so jetzt kann ich mich hier befassen immer gewahr sein dass wir irgendwo kollege im 2 so dann noch ein Da oben Ist doch bestimmt was Schau den Braten nicht You never know Aha Wow Ist ja tödlich Ich hab alles so viel Gold mit Ich versteh es nicht Haben die nur die Reichen hier entführt oder was Puh Mein Schutz ist weg Ähm Dann geht es jetzt denke ich mal hier weiter Ne Ja Ne Doch Da dann Topf Einbalsamierungswerkzeug Alles Lame Drücken aus Knöpchen So Mach mal Licht Danke So jetzt kommen wir da durch Hurra Ein hoch Auf die Wissenschaft Katakomben Yay Katakomben Raider Das war Das war irgendwie zu leicht Aber gut Mich soll das jetzt so nicht stören Ist der Kollege Ist der Kollege jetzt mal daheim Jawohl Ähm Dann hau ich Den Im vergleich In 23 Ähm 23 Gut Dann bleiben wir dabei Laden den aber nochmal Reicht so einer Bogen der Nachtigall Focken Zielen Schießt Naja komm Naja komm aber du kannst nirgendwo kannst Äh Juckt ihn nicht Natürlich nicht Ähm Ähm Was Was Nee 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 No 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 War mal unfair Verdammt Ähm Ja Das machen wir mal Lief ja mal nicht so prächtig Oh Dann mal drauf drücken Den mitnehmen Den mitnehmen Oh den den mitnehmen Den mitnehmen Müssen wir noch mal füllen Das Ding Können wir nicht hier irgendwie mal Sehen von Auch so ein Geismann Wird mich mal interessiert Ähm Aber erst mal Objekte Waffe Den Bogen noch mal fit machen So Gewöhnlich reicht Oh warte mal So So Jetzt würde ich gerne mal wissen kann ich hier mir mal ein paar Steine voll machen Das geht Das geht Das geht Tatsache Ähm Ach das wollte ich doch gar nicht Ich muss nicht hier die Eicheln hauen Tja Tatsache Das geht Das geht So 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 Äh Dann auf jeden Fall Dann bleiben wir mal bei unermittliche Macht Das juckt den echt so gar nicht Der 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 Oh, haha, alter, oh haha, äh, mh, äh, äh, ne, da, warte, wo ist denn hier so Dingens, Heilo, was? Der, 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 was? Haben wir keine große Heilo? Äh, Flüchtigen, äh, Zaubertrank, ja, Blitzress, Wasser, Stärke, nein, Magikresistenz, machen wir halt das. Ja, komm, jetzt geht's los, kaputt! Sau. Es ist vollbracht, der Schänder ist besiegt, nehmt den Erbrecher von seinem Sockel. Na ja, gleich, ich arbeite dran, quasi, alter, damit hätte er doch seine Organisation locker finanzieren können, warum hat er die alle... Das fang wohl echt nicht so auf Gold aus, nicht so wie ich. Haben wir alles? Doch. Ich hab ihn vergessen, bitte melden! leer leer lehr leer leer lehr lehrtaste leer leer die virensockel wie dem sauglosen entdecker so hallo licht ist vernichtet die toten von himmelsrand werden weiterhin in frieden alles ist wie es sein soll ja ich bin awesome das ist aber jedem klar und ihr sollt ihn verkünden nehmt den mächtigen dämmerbrecher und vernichtet damit die verderbnis in den dunklen winkeln der welt führt ihn in meinem namen auf das mein einfluss wachse ich behalte das schwert aber ihr solltet jemand anderen suchen der religion verbreitet ich werde diese mächtige klinge in euren damen schwingen wenig gerade was für noch tun erledigen muss da kommen das licht der gewissheit es ist immer danke danke es ist immer gut sich mit den jörtern glücklich einst glücklich zu stellen und es gibt ja probleme so hier ist wieder hell jetzt wieder dunkel was macht denn das dinge schaden 24 steckt ziele für zwölf schadenspunkte in brandung verursacht bei daraus resultierenden ton eines untoten eine feuerexplosion der umstehen alter das ist ja mal aus sind zwei hände das ist ein einhänder das ist auch ein einhänder ich habe eine neue lieblingswaffe die man ordentlich der mitsch muss gleich mal irgendwo ausprobieren hallo wolf oder so die waffe möchte ich immer gut voll haben schade im test subjekte bücher unschön läuft auch nichts rum wir müssen uns in der nächsten aufnahmen befassen oder im nächsten part je nachdem gut dann vielen dank fürs zusehen bis zur nächsten aufnahme oder bis zum nächsten part die